I'm there too, cuddled off with a hark and done, I should love you and I swear I do. Große Neuigkeiten von Tui Cruises. Das achte Schiff der Mein Schiff Flotte heißt Mein Schiff Relax und verspricht ein völlig neues Maß an Wohlfühlen und Genuss. Freut euch auf architektonische Wohlfühloasen und kulinarische Highlights. Mein Schiff Relax steht für die Weiterentwicklung dessen, wofür Tui Cruises bekannt ist. Wenn ihr euch den Rundgang der Mein Schiff Relax angucken wollt, dann könnt ihr das gerne hier auf meinem Kanal machen. Ich verlinke oben rechts das Video. Abonniert unseren Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben und lasst gerne einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal.